Wir sind am Ziel. Maschinen erarbeiten unsere Einkommen und stellen uns für soziale sowie kulturelle Arbeit frei. Der BGE-Papst informiert, diskutiert und beantwortet Fragen rund um das Thema des bedingungslosen Grundeinkommens. Jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr auf rockradio.de. Das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE, bedeutet, dass jeder Bürger ein garantiertes monatliches Einkommen als Existenzgeld erhält. Die Sendung will Menschen über das BGE aufklären und dazu anregen, sich mit diesem innovativen Thema zu beschäftigen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bge-film.de und www.bge-archiv.de. Der BGE-Papst. Jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr auf rockradio.de. Du bist der Grund dafür, das Grundgesetz zu praktizieren. Du willst genau wie ich, deine Würde nicht verlieren. Deine Würde nicht verlieren. Deine Würde nicht verlieren. Untertitelung des ZDF, 2020